Morgen 10.05.2021 werde ich um 15 Uhr live hier auf YouTube streamen. Yay! Okay, Spaß beiseite. Ich bin Donif204 und wenn ihr Bock auf einen geilen Livestream habt, schaut doch mal morgen vorbei. Ich werde drei Themen ansprechen. Gut, Thema Nummer 1 in dem Livestream wird sein. Die Verlosung für das 100-Mitglieder-Jubiläum der RPG-Maker-MZ-German-Steam-Gruppe. Da könnt ihr auch gerne noch teilnehmen an der Verlosung. Wenn ihr noch nicht Mitglied in der Gruppe seid, klickt einfach unten in der Videobeschreibung auf den Link und werdet Mitglied. Und wenn ihr bereits Mitglied seid, geht einfach auf Steam, auf euren Benutzernamen, Gruppen. Da sind dann die Gruppen aufgelistet, in der ihr seid. Drückt auf RPG-Maker-MZ-German. Und dann geht ihr auf Diskussion und schreibt einfach unter Projektvorstellung hier unten, einfach neue Diskussion starten, eine Projektvorstellung hier rein. Unter jeder Projektvorstellung, die eingereicht wird, also unter den Projektvorstellungen, die eingereicht wurden, bis heute um 23.59 Uhr, werde ich morgen im Livestream, dann fünf per Zufallsgenerator auswählen. Und dann diesen fünf Projektvorstellungen jeweils einmal fünf Euro Steam-Guthaben schenken. Gut. Ist also nicht wirklich schwer. Könnt ihr auch mal in die anderen Projektvorstellungen reingucken, was sie da so geschrieben haben. Dann könnt ihr euch darin mal orientieren. Einfach ein Projekt, an dem ihr gerade arbeitet oder an dem ihr in Zukunft arbeiten wollt. Vielleicht seid ihr noch in der Planungsphase. Fühlt eigentlich gar keine Rolle. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Muss auch kein echtes Projekt sein. Nein, Quatsch. Wäre schon besser. Auf jeden Fall könnt ihr dann an der Verlosung teilnehmen. Gut. Nächstes Jubiläum wären dann 200 Mitglieder. Vielleicht schaffen wir das noch. Auf jeden Fall danke ich allen 110 Mitgliedern. Yay. Danke. Danke, 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 danke. 200 Mitglieder wäre das nächste Ziel. Dann haue ich wieder ein paar Steam-Gutscheine raus. Also wir sehen uns dann bei 200 Mitgliedern. Gut. Zweites Thema des Livestreams wird sein. Ich werde am Ende des Livestreams, werde ich, also ganz, ganz, ganz am Ende, werde ich ein Spiel auf Steam oder ein Steam-Key verlosen an alle, die live im Stream sind und Bock haben, an der Verlosung teilzunehmen. Ganz einfach, ich verlose ein Steam-Key zu Star Wars Knights of the Old Republic. Das Spiel kam 2003 raus, sieht dementsprechend auch nicht so schön aus und sicherlich haben das heutzutage auch nicht viele auf dem Radar, das Spiel. Aber das Spiel ist ein extrem gutes Rollenspiel. Und wer Star Wars und Rollenspiele mag und, naja, die meisten von euch werden wahrscheinlich Rollenspiele mögen, sollten auf jeden Fall mal in dieses Spiel reinschauen. Ohne Witz, das lohnt sich extrem. Steam-Key wird, wie gesagt, von mir verlost. Macht mit bei der Verlosung, ihr habt nichts zu verlieren, ihr könnt ja nur gewinnen. Also, ihr verliert ja nichts dadurch. Ihr müsst nur im Stream sein und dann am Ende des Streams bei dem Gewinnspiel teilnehmen, sobald das Gewinnspiel dann am Ende des Streams ist. Wie lang der Stream wird, kann ich jetzt nicht genau sagen, also kann ich jetzt keine feste Zeit einplanen. Aber am Ende des Streams mache ich auf jeden Fall die Verlosung für das Spiel hier. Gut. Und das dritte Thema wäre dann im Livestream folgendes. Ich plane wieder ein Live-Event mit euch zusammen. Also, was heißt Live-Event? Ich möchte mit dem Abitü-Maker arbeiten. Live. Und das werde ich morgen ankündigen, sagen, was ich genau vorhabe. Und dann werde ich ab und zu mal Livestreams zu dem Thema machen. Ähm, das könnte viele interessieren von euch auf jeden Fall. Ähm, schaut auf jeden Fall rein. Hört euch das Ganze an, was ich geplant habe, was ich vorhabe. Morgen, live im Stream, werde ich das dann ankündigen und sagen, worum es geht. Da muss ich noch ein bisschen was vorbereiten bis morgen. Ähm, aber ich denke mal, das wird cool. Ich habe auf jeden Fall echt einen coolen Plan für euch. Also, das wird euch gefallen, denke ich mal. Und, ja, bleibt gespannt. Das war's dann soweit von mir. Ähm, eine Sache hätte ich vielleicht noch. Ähm, ja, wir haben nämlich noch ein Community-Event. Da könnt ihr auch gerne noch teilnehmen, wenn ihr das wollt. Findet ihr auch in der Abitü-Maker-Gruppe. Ähm, einfach auf der Übersicht, ähm, hier angeheftet. Oder auch bei Diskussion hier angeheftet. Aufklicken, dann habt ihr hier die ganze Beschreibung, worum es geht. Ihr habt bis zum 28. Mai Zeit teilzunehmen. Das ist auf jeden Fall noch mehr als genug Zeit. Das ist mehr als genug Zeit, um irgendwas Cooles zu machen. Die meisten von euch werden das in der Zeit, denke ich mal, auch noch bewältigt bekommen. Macht mit. Es gibt nichts zu verlieren. Ähm, und dort könnt ihr, ähm, tatsächlich bis zu 20 Euro Steam-Guthaben gewinnen. Also, bis zu. Okay. Tschüsseli. Das war's soweit von mir. Ja. t